Herzlich Willkommen auf Zeiteisen, dem Kanal für deutsche mechanische Anbahnwuhren. Mein Name ist Hans-Peter Schwarzfischer und ich betreibe diesen Kanal in Kooperation mit Jubiläer Gruber aus Rosenheim. Die Reviews sind immer identisch aufgebaut. Zuerst schauen wir uns etwas den Hersteller an, dann die technischen Daten. Dann kommen die Features der Uhr, die Besonderheiten, dann mein Fazit und der Zeiteisen-Score. Wen weitere Reviews interessieren, unter zeiteisen.de im Magazin habe ich alle Reviews nochmal zusammengefasst. Und wen eine der Uhren interessiert, wir sind auch Konzessionären von einigen dieser Uhren, die ich hier vorstelle, auch von Meistersinger. Könnt ihr gerne unter info.at zeiteisen.de ein Angebot anfragen. Ja und heute habe ich eine Meistersinger dabei, die es schon sehr lange gibt in der Grundausstattung. Und heute habe ich die neuere Version dabei, mit einem größeren Durchmesser. In den 80er und 90ern wurden ja sehr viele Marken, alte Marken, deutsche Marken, wiederbelebt. Oder Marken wurden gekauft und wiederbelebt. Oder sie gingen in das Eigentum von größeren Konzernen über. Und Meistersinger ist hier eine Ausnahme. Meistersinger ist eine inhabergeführte Firma, die 2001 durch Manfred Brassler gegründet wurde. Und er ist immer noch auch Geschäftsführer, Gesellschaft der Geschäftsführer. Und arbeitet unabhängig an seinen Uhren. Seit August 2022 wird er durch Rainer Eckert in der Geschäftsleitung unterstützt. Der, soweit ich recherchiert habe, vorher bei Login war. Was zeichnet Meistersinger aus? Meistersinger ist bekannt für seine Einzeigeruhren. Einzeigeruhren werden ja inspiriert aus alten oder von alten Kirchturmuhren, die allesamt nur einen Zeiger hatten. Und Meistersinger greift diese historische Zeitgebung wieder auf. Und Manfred Brassler möchte auch damit etwas entschreunigen. Meistersingeruhren sind jetzt nicht auf die Sekunde genau. Kann es auch nicht sein mit einem Zeiger, sondern es laufen außen eine Fünf-Minuten-Skala. Und der große Nadelzeiger, der alle Meistersingeruhren auszeichnet, zeigt hier in Fünf-Minuten-Schritten die Zeit an. Einmal um das Ziffernblatt sind praktisch zwölf Stunden. Meistersingeruhren sind in der Regel, wenn man sich das Portfolio ansieht, auf der dressigen Seite. Also es sind eher Dresswatches. Mit der Unomad hat Meistersinger allerdings auch eine wirklich robuste Alltagsuhr oder auch Sportuhr im Programm. Mit der Bell Horror hat Meistersinger auch eine besondere Komplikation, eine historische Komplikation wieder auferleben lassen. Und zwar den Stundenschlag. Also auch hier geht Meistersinger eher in die Historie der Uhrmacherei zurück und versieht seine Uhren mit diesen speziellen Funktionen. Die Uhr, die ich heute dabei habe, ist eine Uhr, die es schon länger im Portfolio von Meistersinger gibt, die Nummer 3. Allerdings ist die alte Version, oder alt kann man nicht sagen, sondern die ursprüngliche Version 38 Millimeter und ohne Datum. Und die heutige hat eine moderne Größe eben mit 40 Millimeter und hat die Revisionsnummer PM902 Cesar. Ja, das Gehäuse ist ein Edelstahl, vollpoliertes Edelstahlgehäuse mit 40 Millimeter. Der Lack-to-Lack liegt bei 46 Millimeter. Wasserdicht ist sie 5 Bar. Das Glas ist ein Entspiegel, das ist ein Saphirglas. Es ist ein Sichtboden verbaut. Das Kaliber ist auf Basis eines Siliter SW200-1, aber durch Meistersinger modifiziert. Die Gangreserve von diesem Kaliber liegt bei 38 Stunden, der Bannanstoß bei 20 Millimeter. Das Band ist ein braunes Räderband mit orangen Akzenten. Der Verschluss ist eine Dornschließe und der Preis liegt aktuell bei 1790 Euro Liste. Ja, das Ziffernblatt der Nummer 3 der heutigen Version ist es ein schwarzes Ziffernblatt. Je nach Lichteinfall kommt es bei den Bildern und auch im Video gar nicht so rüber, aber es ist ein seidig schwarzes Ziffernblatt. Schön bei dieser Version macht die Uhr auch gleich wesentlich wertiger und auch das Ziffernblatt dreidimensional ist dieser außen laufende Ziffernblattring. Der Ziffernblattring hat auch eine Funktion. Hier sind in arabischen Ziffern die 30-Minuten-Schritte angezeigt und davor sieht man bei dem schwarzen Ziffernblatt so orange Indexe, die eben etwas länger ausgeführt sind und die die halben Stunden anzeigen. Der weiße Nadelzeiger hebt sich sehr gut vom Ziffernblatt ab und ist auch wieder Meistersinger typisch. Also alle Meistersingeruhren haben diesen Nadelzeiger, der wirklich akkurat ganz außen läuft und somit auch möglich macht, dass man die Uhrzeit doch sehr genau ablesen kann. Sehr genau heißt bei Meistersinger im 5-Minuten-Takt. Das ist bei Meistersinger sehr genau und wer es ganz genau wissen möchte, der muss halt natürlich sein Handy befragen und hat dann die absolut genaue Uhrzeit. Bei mechanischen Uhren und bei Meistersinger ist das typisch, geht es nicht auf die Sekunde und das Ablesen dieser Skala ist, wenn man einige Übungen hat, auch problemlos möglich. Was sehen wir noch auf dem Ziffernblatt? Ich habe nicht bei drei, sondern bei sechs Uhr ein Datumsfeld, das ist rund ausgestanzt. Die originale oder die ältere Nummer drei hat eben kein Datum, ist auch kleiner und die 40 mm Version hat eben das Datum. Hier ist auch wieder, normalerweise, wenn ein Datum bei Meistersinger vorhanden ist, sieht man immer so einen Edelstahl oder so einen Chromring, also hier eine polierte Outline dieses Kreises. Bei der Nummer drei hier mit dem schwarzen Ziffernblatt haben wir diese Outline in orange, passt sich eben diesen 30-Minuten-Strichen an und führt sich fort in dem verbauten Armband, das auch diese orangen Akzente in der Absteppung hat. Das Gehäuse der Nummer drei wird an der Seite glanzpoliert und auch oben die Linette ist poliert und abgerundet. Hier passt sich der Form des leicht gewölbten Glases auch an, des Saphirglases. Die Hörner in der Oberseite haben eine matte, satinierte Oberfläche. Also die Kombination aus diesen satinierten Hornflächen und der polierten Seite macht ein sehr interessantes Spiel eigentlich der Materialien und der Oberflächen auch vom Spiegel her. Der Boden ist verschraubt, das Gehäuse ist auf fünf Bar druckfest, also schwimmen gehen sollte man mit der Uhr nicht. Allerdings Regen oder mal Händewaschen ist natürlich da auch kein Problem. Das Kaliber der Meistersinger ist wie auch sehr häufig verwendet. Bei Meistersinger ein SW200 von Selita, der bei Meistersinger nochmal auf diese Einzeigertechnik umgebaut wird. Und bei der Nummer drei jetzt wird das Datum auch dieses SW200 mitgeführt. Meistersinger veredelt diese Kaliber auch noch. Die Version hat eben gebläute Schrauben und wird immer mit einem Meistersinger-Rotor versehen, der teilweise skelettiert, nicht skelettiert, skelettiert ist. Und somit auch einen sehr edlen Charakter verleiht und der Rotor wird auch noch mit so goldenen Lettern Meistersinger-Logo noch bestückt. Sieht auch sehr edel aus. Wie genau geht nun dieses Meistersinger-Kaliber? Meistersinger reguliert diese Selita-Werke immer sehr genau ein. Also die meisten Meistersinger-Uhren, die ich gemessen habe, waren in der Chronometer-Toleranz. Obwohl nicht zertifiziert, aber die Ganggenauigkeit ist ja trotzdem vorhanden. Und bei der Version, die ich hier habe, also bei dieser speziellen Uhr, ist es immer unterschiedlich. Die Uhr wird natürlich anders einreguliert und wird sich anders zeigen. Aber bei der Uhr, obwohl sie neu ist und eben die Einlaufzeit noch nicht hinter sich hat, ist sie schon mit Plus 1 bis Plus 3 im Mittel gelaufen. Also man sieht hier, dass Meistersinger großen Wert auf die Qualität liegt und hier die Selita-Werke doch sehr genau einreguliert. Ja, wie trägt sich jetzt eine Nummer 3? Es ist eine sehr relativ flache Uhr und auch mit einem kurzen Lacklack. Also ab 18 cm Handumfang, Handumfang? 18 cm Handgelenksumfang, so ist es richtig. Dürfte sich die Uhr wirklich super tragen. 40 mm ist auch so der Grenzwert zwischen einer Damen- und einer Herrenuhr. Also man könnte sie auch unisex bezeichnen. Also Damen, die große Uhren gerne mögen, sollten oder können sich gerne auch diese Nummer 3 mal ansehen. Sie trägt sich sehr klein und deswegen auch für schmalere Handgelenke gut geeignet. Das verbaute Band ist ja auch sehr angenehm zu tragen. Es ist wasserfest auch, also von daher sehr unempfindlich. Und diese orangen Akzente machen sie natürlich noch mal zum Hingucken. Jedes Band von Meistersinger hat auch eine Meistersinger-gelabelte Schließe. Auch hier ist diese Dornenschließe poliert und Edelstahl und mit einem Meistersinger-Logo versehen. Bei Meistersinger ist die Nummer 3 eher die Einstiegs-, oder hat eher den Einstiegspreis. Die 1.790 Euro bei Meistersinger bilden den Einstieg. Und ich denke mal für die Qualität der Uhr, ich vergleiche sie jetzt mit einer Junghans Max Bill oder einer Junghans Meister. Und da sind wir ungefähr beim gleichen Preisniveau. Mein Fazit, ihr wisst ja, wer den Kanal schon länger verfolgt. Meistersinger ist eine meiner Lieblingsuhren, hat mich auch wieder dazu gebracht, um mich mit mechanischen Uhren zu befassen, als ich mir die Pangea D-Date geholt habe. Die Nummer 3 ist für mich die stimmigere Variante in der neuen Version mit den 40 Millimetern. Einfach natürlich als Herrenuhr etwas größer und mir gefallen diese, ich bin bei 40, 41, 42 Millimeter einfach zu Hause. Liegt natürlich auch an meinem 20 Zentimeter Handgelenksumfang, weil diese Uhren halt dann einfach optimal passen. Was ich natürlich gut finde jetzt bei der 40 Millimeter Version ist, dass sie ein Datum trägt, was sie alltagstauglich macht. Also wer eben nicht, das ist immer mein Spruch beim Meistersinger, wer nicht auf die Sekunde achten muss, sondern eben mit den 5 Minuten Schritten einer Einzeigeruhr zufrieden sein kann oder wem das ausreicht, der hat mit der Nummer 3, mit dem Datum, mit 40 Millimeter eine Alltagsuhr, die außergewöhnlich ist, die nicht jeder hat und die auf den zweiten Blick immer für eine Diskussion auch gut ist. Das ist klar, man wird da angesprochen, hier fehlt doch ein Zeiger. Also die Variante auch mit dem schwarzen Ziffernblatt macht sie absolut alltags- oder bürotauglich, so möchte ich sagen. Das ist unauffällig, aber doch mit diesen orangenen Akzenten halt ein i-Tüpfelchen in der Optik und im Design. Wer jetzt Angst hat, ich kann die Uhr nicht ablesen, wie soll das denn funktionieren, glaubt mir, mit ein wenig Übung ist das überhaupt kein Problem mehr. Und auch mit einem Blick hat man sofort die Zeit erfasst. Für die 1.790 Euro bekommt man eine wirklich top, qualitativ hochwertige Uhr, die weit unter 2.000 Euro bleibt, also hier eine Schallgrenze unterschreitet und dennoch alles bietet, was eine Luxusuhr haben sollte und wen eben dressige Uhren interessieren und auch etwas Besonderes. Und jetzt kommt es nochmal, der nicht auf die Sekunde es ankommt und der ist bei der Meistersinger Nummer 3 absolut richtig. Dementsprechend gut fällt auch mein Zeiteisen-Score aus. Ich mag diese Uhr, sie hat alles, was ich mir vorstelle. Zehnbar Wassertichtigkeit wäre jetzt noch schön, aber der sechsfach mit einzelnen Schrauben verschraubte Boden lässt es wohl nicht zu. Ja, mein Zeiteisen-Score jetzt der Nummer 3. Für das Aussehen gebe ich eine 9, mir gefällt sie sehr gut. Die Verarbeitung ist top, auch eine 9. Für die Technik mit dem Selita-Werk, mit dem umgebauten, veredelten Selita-Werk, gebe ich eine 6. Die Funktionen, es ist ein Einzeiger mit Datum, gibt es eine 4, der Tragekomfort ist top, eine 9. Wasserdicht eben nur 5 Bar, eine 3. Preis-Leistung gibt es von mir eine 8,5, was eine 48,5 im Gesamt-Ranking macht von möglichen 70 Punkten. Wer den Zeiteisen-Score noch nicht kennt, eins ist wenig ausgeprägt oder nicht vorhanden, die 10 ist der Maximalwert und es gibt maximal 70 Punkten bei eben sieben Kriterien. Ja, das war meine Vorstellung, der Nummer 3 in 40 Millimeter mit dem Datum. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, das stärkt den Algorithmus für den Kanal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet. Und wenn euch weitere Reviews interessieren, unter zeiteisen.de habe ich im Magazin die Reviews alle zusammengefasst. Wenn eine der Uhren interessiert, wie eingangs schon erwähnt, gerne unter info-at-zeiteisen.de ein Angebot anfragen. Ja, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit mit vielen Grüßen aus Rosenheim. Ja, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.